Ja, klar. Mama! Was soll'n das? Du Dreckscreeper! Aggression! Macht er hier einfach Löcher in die Gegend? Hallo Minecraft, Willkommen zurück zum Minecraft Projekt! Wir sind immer noch auf der Suche nach Diamanten. Und wir finden einfach keine. Und das nervt. Und wir sind jetzt hier unten in einem riesigen Höhlensystem. Und ich hoffe, dass ich jetzt endlich bald Diamanten finde. es kann ja wohl nicht sein dass es hier keine diamanten gibt wir sind hier ungefähr 12 das ist meiner meinung nach die höhe wo es diamanten geben müsste oder was meint ihr hier gibt es einfach nichts da gibt es keine doll und nun ist unser inventar voll die die biefe von der zombie weg da ist noch ein eisen ich weiß nicht mal mehr wo meine ich weiß nicht mal mehr wo ich den ofen mit dem eisen hingestellt hat in der letzten folge also ich habe keine ahnung mehr wo wir hier unten wirklich sind ich bin einfach im diamanten fieber ich suche 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 und habe keine ahnung wo ich bin das heißt nachher der einfachste weg ist eigentlich sich hochzubauen zum glück hat mich noch eine spitz hocke das gibt es nicht dass da keine diamanten gibt und ich habe ja nicht nur diese folge nach diamanten gesucht sondern auch schon eine andere folge unvorstellbar ich suche mich hier noch irgendwann zu tode hier war ich schon mal da brennt nämlich eine fackel dann machen wir hier noch ein paar fackeln hin zombie zombie hör auf jetzt ist meine spitten meine ok aber warte mal ich war hier schon mal toll weiß trotzdem nicht wo ich bin ok ich mache hier mal wieder ein bisschen geschwindigkeit rein bis nachher also die ja Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also ich weiß aber nicht. Ich bin hier die ganze Zeit, oder die meiste Zeit, auf Level 10 oder 11 und fahre bis Höhe 13 oder 5, 14. Und ich finde einfach keine scheiß Diamanten. Also, ey, es kann nicht sein, das ist die dritte Folge, in der ich wirklich intensiv nach Diamanten fahre. Und ich finde keine. Was ist denn das? So ein Fluch auf den scheiß Diamanten. Ist da was verändert worden? Alter, ich check's nicht. Eisen finde ich en masse. Ich habe Labis gefunden, Redstone, Gold. Aber scheiß Diamanten. Nö, die verstecken sich einfach vor mir. Meine Fresse. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, wo ich eine Garantie dafür habe, dass ich Diamanten finde. Weil so kann es nicht weitergehen. Hallo, ich brauche Diamanten. Ich kann mir keinen Zaubertisch machen. Ich kann mir keinen Obsidian holen. Was ist da los? Gibt es da nicht. Ich habe jetzt schon wieder bestimmt eine halbe Stunde suche ich nach Diamanten. Das ist ja für euch langweilig. Und mich kostet es Nerven. Ich drehe irgendwann am Rad hier. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt gehe ich nach oben. Und was finde ich? Gold. Ich meine, okay, ist ja ganz geil, aber ich will Diamanten. Scheiß auf Gold. Mann. Ich bin mal gespannt, wo ich jetzt rauskomme. Ich grabe mir einfach nach oben. Entweder stoße ich auf den Weg oder ich weiß auch nicht. Aber so lange wird meine Spitzhacke auch nicht mehr heben. Aber das ist wirklich kein einzigen Diamanten bisher gesehen. Geschweige denn gefarmt hat. Ey. So. Spitzhacke kaputt. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Holz dabei. Und Eisen haben wir auch noch ein bisschen. Weg mit dem Koppel. Das macht mich wahnsinnig. Mache ich irgendwas falsch, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Aber eigentlich. Also, hallo, ich habe schon häufiger Vanilla gespielt und da auch immer Diamanten gefunden. Und das ist ja das ist ja unglaublich hier. Wahrscheinlich komme ich jetzt auf einen Berg raus oder so. Und auch so dazu wird Nacht sein. Alles Schlechte kommt zusammen. Mann. Das regt mich auf. Macht mich ärgerlich. Vor allem verstehe ich es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Kohle, Diamant, äh, Gold. Was ich an Goldschuh gefunden habe. Können wir eine Goldrüstung machen? Können wir bald ein goldenes Haus bauen? So, jetzt kommen wir hier in... Ja, wie ich gesagt habe, es ist Nacht. Da ist Licht. Aber so weit sind wir gar nicht weg von unserer Base. Oh, 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 oh. Die schießen schon wieder scharf auf mich. Gibt's nicht. Die sind alle heiß drauf, mich zu killen. Und ich? Ich finde einfach keine Diamanten. Mann. Da ist ein Ei. Ich habe keinen Platz im Inventar. Will ich einmal ein Ei sammeln und dann hast du gar keinen Platz im Inventar. Toll, ich habe ein Stack Eisen gefarmt. Ohne Eisen farmen zu wollen. Und Gravel haben wir auch einiges. Das ist gut. So, Ei, komm her. Da kam nichts mehr raus. So, jetzt verlegen wir noch schnell draußen ein bisschen Gravel. Und dann weiß ich auch nicht mehr, was wir machen sollen. Wow. Verdammte Axt. Mann, das wollte ich jetzt nicht. Irgendwo waren wir noch ein Skelett und ich habe es gehört. So. Verflixt. Verflixt und zugenäht. Wir sind heute wenigstens noch ein bisschen produktiv, wenn wir hier den Weg flastern. Weil sonst war ja heute wieder nur... Das gibt's gar nicht. Das darfst du keinem erzählen. Und ich Depp nehme sowas auf. Aber ich verstehe nicht, weshalb ich da keine Diamanten finde. Ja, klar. Mann, Mann! Was soll denn das? Du Dreckscreeper! Mach dir hier einfach Löcher in die Gegend. Also, ey, was soll denn das? ich bin irgendwie voll der noob hier sind keine diamanten dauernd schweigen creeper mein zeug in die luft hatte ich letztes mal extra ganz schönen weg gebaut und dann kommt der scheiß creeper und macht ja alles gut drecksvieh scheiß mobs und wer ist dran schuld der scheiß diamant das ist nicht gibt durch den habe ich solche aggressionen das gibt es gar nicht 2 ebenso ich will ja eigentlich in meter um mir hier äh glowstone zu fahren damit ich hier lampen bauen kann damit ich ja auch die außenbeleuchtung mal angehen kann aber nee darf ich ja nicht ich darf nicht ich darf nicht in meter also ich finde ich ein bisschen böse jetzt haben wir zumindest hier mal ein bisschen weg angelegt vielmehr kriegt man einfach nicht hin weil man wohl einfach nicht sind warte bleibt mal stehen rotten flesh für ein emerald ich glaube ich spinne gold für ein emerald gold haben wir hier gold drin haben wir hier gold drin ne ja und hier mal gold rein dann gucken wir ob das ding hier noch was hat als nicht und dann sage ich tschau minecraft ne sind wir die